Hallo miteinander, ich habe einen schönen Pony bekommen, aber gar nicht einen Pony, ein Einhorn und ich kann etwas machen, äh, äh, zwei Knie, sondern der Einhorn, den kann man einfach drücken. Schön, oder? Aber da habe ich etwas, ganz viele Spielsachen bekommen. Du musst einfach alles kaufen, ein schöner oder cooles oder keine Einhorn, aber doch ist ein schöner Einhorn gewesen. Ich habe vor allem miteinander gespielt, aber ich habe ein sehr schöner Pony, der auch leuchtet. Ich habe zwei zum Leuchten, Verity und Skates. Und dann, und dann einfach habe ich etwas gewonnen und ein Bauen und ein Kussspielsachen. Aber dann habe ich viele Sachen. Tschüss! Bravo, Lisa! Sie müssen die Pony an, Tadi. Ja, dann geht es weiter. Frau Meister? Ein Stein. Was kannst du schauen? Das habe ich etwas. Das ist ein Glanziger. Oh! Und das ist ein Wellenstein, aber da habe ich einen Kristall bekommen. Oh, gibt es, Frau Meister. Was kannst du dir zeigen? Aber da habe ich Zeit. Was kannst du dir zeigen? Tschüss! Alle miteinander und alle Kinder möchten so wechseln, so wechseln, so wechseln, so wechseln, so wechseln. Aber da kann ich gehen. Rarity. Aber da kann ich auch Spielsachen gehen. Tschüss! 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 Tschüss!